So, hallo, da sind wir wieder. Ja, sieht alles gut aus. Wir haben noch einen. Wieso haben wir noch einen? Ah ja, ich würde sagen, können wir vielleicht noch einen. Okay, die wächst, dann würde ich sagen. Wir gehen noch ein bisschen Titan holen, weil Titan brauchen wir jetzt wirklich vermehrt. Aber wir haben eine Base und das ist gut. Würde ich sagen, nehmen wir das Ding hier. Machen die. So, gerade mal gucken. Nein. Gut, so. Wir brauchen Titan. Jetzt kriegen wir Kupfer, ne? Klar. Titan. Kupfer, sag mal. Kein Mensch braucht so viel Kupfer. Nein. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ist ja gut. Ich tauche ja auf. Wann mal. Okay. So. Ja, ja. Noch mehr Kupfer. Haben wir noch genug Platz? Ja, für ein bisschen Titan reicht's noch. Ähm, dann machen wir da mal das da. Das klingt ja auch wieder Titan. Warning. 30 seconds of oxygen remaining. Dann machen wir das da. Upsa. Ja. Sicher ist sicher. Inventar voll. Okay. Äh, ja. Das ist ganz klar. Was können wir wegwerfen? Nix. Ah, doch, komm. Einmal Kupfer. Kupfer, haben wir jetzt echt genug? Nein. Ich bin ein Held. Mhm. So, dann gehen wir nochmal zurück. Zu unserer Base. Ja, das bringt ja jetzt nix. Aha. Ah, ja. Das Ding ist ja auch irgendwie krass. Ich glaube, das müssen wir uns nochmal genau angucken. Irgendwas stimmt da nicht. Genau. Sind wir jetzt nicht so weit geflogen? Äh, geschwommen? Gedingst? Ah, da ist sie ja. So. Jetzt ist die Frage. Notenergie. Mhm. Wahrscheinlich, oder? Welcome aboard, Captain. Ich glaube, um das sinnvoll zu machen. Dankeschön. Mal ganz kurz schauen. Was haben wir denn? Den normalen. Dann machen wir noch einen normalen. Ja. 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 Ich war noch nie so der allzu... Ah, nein. Hallo? Zack. Gut. So. Okay. Dann wächst da noch einer. Oh, hier. Guck mal da. Super. So. Haben wir noch? Ja, wir haben noch getan. Was ich jetzt noch schauen wollte... Nee, 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 nein, nein. Oh Gott, Hilfe, das ist die Steuerung. Äh, was ist das, das eigentlich... Seek Fluid Intake. Ja, gleich. Was können wir denn bauen? Batterie Ladestation. Ja, das geht... Wäre bald möglich. Da... Quarz brauchen wir. Okay. Wie ist denn das? Kaffee. Einfach nur umzugucken. Äh, nee, dahin. Was können wir da reintun? Was kann man denn in den Kaffee einfüllen? Keine Ahnung. So, lass mal schauen. Ähm. Ich bin grad ein bisschen... Genau. Dafür brauchen wir... Ja, der Diamant, den brauchen wir. Mist. Wie ist denn das mit dem... Aha. Da brauchen wir Schmierstoffen. Brauchen wir das jetzt schon? Würde passen. Das brauchen wir alles nicht. So, okay. Ich guck mal ganz schnell, was ich überhaupt habe. Äh, nee. Ich weiß, was ich mache. Natürlich. Wir machen. Moment. Da muss es was Besseres geben. Da. Ja. 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 Nee, natürlich nicht dahin. Sondern dahin. Ja. Okay. Sehr schön. Dam, 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 dam. Und jetzt die Frage. Können wir... Ah, ja gut. Titan, Kupfer, Erz und Quarz. Das ist eigentlich kein Problem. Wir müssen halt eben nur die richtigen Tasten. Ach, hallo. Koch. 1984. 1984. Sehr schön. Die Frage, was kann man denn da rein tun? Wasser? So. Mhm. Komm, wir schnappen uns jetzt mal die beiden. Dann schauen wir mal, ob wir noch irgendwas von dem anderen Zeugs da haben, damit wir einen Konstruktor... Na, damit wir diese Base überhaupt mal in Betrieb nehmen. Auf der... Ja, Kristall. Brauchen wir jetzt auch. Jetzt geht natürlich die Sammlerei los, klar. Jetzt ist die Frage, woher kriege ich einen Diamanten? Also, wir haben ja hier schon ein bisschen was. Okay. Na, das ist alles nicht das, was wir brauchen. Aber wir nehmen das mal mit. Okay. Wir können... Ähm... Die können wir nicht recyceln, ne? Gut. Hallo? Nein, ich wollte... Ach, ne, bitte nicht. Das ist... Ja, gut. Kupfer. Lassen wir noch da drin. Was haben wir da? Nix. Gut, dann gehen wir schnell nochmal da rein. Nochmal Shell Car schauen. Kupfererz, Quarz und Titan. Haben wir hier noch Titan drin? Nein. Haben wir hier noch Quarz drin? Nein. So, wir nehmen mal ein bisschen Wasser nochmal mit rüber. Das hier wohl auch. Und dann... ...suchen wir... ...Quarz und natürlich wieder das allgemein Bekannte. Das ist nix. Schade. Oh. Ja. Falle. Ah, guck mal hier. Haben wir es? Ja. So, das Team ist gleich leer. Wir brauchen noch einen Quarz. Kupfer. Toll. Weißt du, kaum habe ich genug Kupfer. Kriege ich. Warning. 30 Sekunden Oxygen remaining. Ja, dann schwimmen wir hoch. Das da sieht mir nach Kristall aus. Und natürlich in gewisser Hinsicht auch. Genau das, was wir brauchen. Ja. Oh ja, das sieht auch gut aus. Titan ist wirklich das Ding der Stunde. So. Ja, das können wir später dann auch machen. Ja, das wissen wir alles. So, dann nichts wie... Oh. Okay, der geht nicht mehr. Oxygen. Oh, das ist immer. Total verpasst. Und weiter. Auf dem Weg natürlich mitnehmen, was geht. Ich denke, dass meine Basis wieder genauso schlecht dahin geplatziert ist, wie sie es gehört. Natürlich immer nur an die Wände. Wo es nicht weh tut. Sieht aber gut aus, so. Kabelsatz brauchen wir für irgendwas, das weiß ich. Das auch. Frage ist jetzt. Können wir... Ach, Hilfe. Das Ding da, keine Chance. Noch nicht. Diamant fehlt da noch. Was war das andere, was wir unbedingt machen wollten? Na, noch ein Schlank. Da. Das da war's. Genau. Batterie, Ladestation. Jo. So, dann kommen wir hier. Zack. 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 Das sieht doch gut aus. Was brauchten wir für... für... Kabel. Das haben wir doch. Haben wir doch. Haben wir doch. Hab ich nicht gerade gebaut? Ah, den habe ich dafür gebraucht. Gut, okay. Kabelsatz. Schmierstoffe müsste ich doch auch hinkriegen. Was ist das? Ja, hatte ich das nicht. Was habe ich denn da drin? Okay. Haben wir da schon irgendwas Neues? Nein. Irgendwas Neues? Ja, den haben wir noch nicht. Da müssen wir so raus. Und wir bauen uns einen. Oh, geil. Einen Bioreaktor. Das ist sehr gut, weil wir jetzt schon die Pflanzen hier haben. So, jetzt ist die Frage Kaffee. Müssen wir mal ganz kurz gucken. Ne, Quatsch. Hilfe. Baupläne. Gucken wir mal gerade. Kaffee Automat. Na. Da müssen wir, ähm, Datenbank. Forschung. Nein. Technik. Aha. Kontrollraum. Äh, ja. Könntest du mir bitte mal erklären? Nein. Ist da irgendein Quatsch? Quatsch. 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 Ja, ja. Ja, ja. Das weiß ich alles. Aber jetzt ist die Frage. Den haben wir. Jukebox. Ja, hallo. Jukebox. Ja. Oh, lass mich doch mal. Womit arbeitet der? Könntest du mir das bitte mal erklären? Warum? Ja, aber womit denn? Was tut er denn? Ist der am Arbeiten? Nein. Ja, außer Betrieb ist klar, weil dafür müssen ja erstmal die Dinger hier waschen. Äh, wo ist denn? So, ja, die sind langsam anladen. Okay. So. Jetzt ist die Frage. Wir ziehen noch ein bisschen was um. So, gucken wir doch mal, wo wir noch einen Schrank hinstellen. Wir stellen noch da zwei Schränke hin, wenn wir dürfen. So. Mhm. Quatsch und Titan noch. Gut. Gehen wir doch ein bisschen holen. Okay. Ähm, ja. Kupfer, natürlich Kupfer. Aber, das ist immer Titan, das ist gut. So. Ja, ich weiß, ich hab mit diesem, äh, alles was ich benutzen kann, wird beleuchtet. Vielleicht ein bisschen, sagen wir mal, gemogelt. Oh. Also der Blei kann auch da drin, äh, Titan kann auch da drin sein. Brauchen wir ja eigentlich nur noch ein bisschen. Was ist das? Oh. Haben wir die schon komplett? Ja, das heißt, wir haben hier auch wieder... Ich geh ja auch langsam. Weil da sehen wir ja... Oh, da hinten sieht gut aus. Bleibst du bitte oben? Danke. So. Hier sah's doch gut aus. Das ist für Titan.